Hallo Freunde und willkommen zurück zu Infamous First Light. Wir haben einen Großteil des Spiels jetzt hinter uns gebracht und nähern uns mit noch größeren Schritten, dem Ende. Müssen jetzt so ungefähr 3 Viertel oder 4 Fünftel des Spiels fertig haben, würde ich mal so Pi mal Daumen sagen. Ähm, da ist aber alles voller Gesocks. Na, wo ist denn der Typ jetzt hin? Ich mach mal ein bisschen mehr von diesen Schwachpunkt, ähm, Attacken. Das bringt nämlich ordentlich Punkte. Ich könnte mal grad noch ein bisschen Neon gebrauchen. Da ist ja so ein schöner Pfeil. Jo. Ich hab extra was für dich aufgespart. Du willst, Brent? Hol ihn dir! Die UPs? Feuer öffnen! Was? Nein? Ah! Shane! Raus hier! Glaubst du mich unter Drogen zu setzen? Hält mich von Brent fern? Auf Dusch? Einen Deal mit in die UPs eingehen? Ziemlich dämlich, Shane! Ich glaube nicht, dass das hier noch lange gut geht. Ich kann nichts sehen. Okay, jetzt ist vorbei. Was zum Teufel? Ist das das Haus meiner Eltern? Was ist das? Ich erinnere mich. Mom? Dad? Du hast das Mädchen verletzt. Wenn du wütend bist, verlierst du die Kontrolle. Dein Vater hat mich nicht zu deinem eigenen Niveau. Hast du die OP zu rufen? Mich abzuschieben, weil ich ein Problem war? Leg sofort auf! Das können sie ihr nicht antun. Sie ist eure Tochter. Ich war noch ein Kind. Das DUP bringt alles wieder in Ordnung. Das hat sie uns versprochen. Wo ist sie? Fett, schlau! Ich glaube ja schon. Wir müssen die Ecke! Wer wäre es nicht gestiegen? Ich kann jetzt hier nichts machen, außer einfach nur hinter diesem ollen Skelett dahinter herlaufen. Du bist schlau! Ich kann kämpfen! Ich kann gegen euch alle kämpfen! Lass dich nicht allein! Du kannst dir nicht einfach alles nehmen, was du willst! Es ist nicht das, was ihr denkt! Mein Vorrat! Wo ist der? Der hat mich nicht in die Mitte! Nein! Wie geht's? Fetch! Fetch! Opa! Es tut mir so leid. Ich habe wieder halluziniert. Shane! Er hat sich... Schon okay. Es ist nicht deine Schuld. Nein. Ich brauche dich. Ich schaff das nicht allein. Fett. Es tut mir so leid. Oh Gott, Brent. Und dann haben meine Leute dich gefunden. Dabei hat Shane deinen Bruder getötet. Du trägst keine Schuld. Du warst außer Kontrolle. Hättest du die Chance, würdest du ihn töten? Dann tu es. Bitch. Tu mir einen Gefallen, Süße, und sag ihr, dass ich ein 100% normaler Bürger bin. Ich wusste das bereits alles. Das ist Ehrenwort. Aber ich musste es nochmal hören. Und zwar bis zu dem Punkt, an dem du aufgabst. Verdammt, ich bin keiner von diesen Freaks. Okay, das konnte ich jetzt nicht kontrollieren. Ich war quasi out of control. Ich availability mich an, dass du das rausst. Für mich. Ich meine vocêen ja auch oder colocar alles vergüttet. Ich bin 70% langs pro Jahr ab, wie für mich ich davon abnehme. Das ist deine squirrelne. Ich bin 100% lange auf angefangen. Ich habe tatsächlich 0%ne skull. Und du möchtest dich girl. Verfolgungsjagd? Oh Mann, die ist richtig sauer. So, bevor ich jetzt hier weitermache, speichere ich einmal. Joa, wir überschreiben. Und gucken wir mal aus reiner Neugier. Ja, 78%. Okay, ich kann jetzt keine Kräfte nutzen. Ich kann springen. Okay, Batterie ist leer. Ich kann auch nicht sprinten oder so. Geht gerade gar nichts. Das Metall sieht ziemlich gut verschraubt aus. Ich muss es langsam angehen. So ein Dreck. Okay. Da sollte ich lieber nicht zu viel springen. Aber es sieht hier auch richtig schön geil aus. So mit der Schneelandschaft, Schneesturm, Schneegestöber. Das macht optisch schon ein bisschen was her. So, hier kann ich runter. Okay. Verfolge noch APC 13, aber keine Spur von Rorka. Verstanden. Drohnen werden die Suche unterstützt. Aber Vorsicht beim Fahren. Bei dem Sturm sind die Drohnen nur schwer zu steuern. Verstanden. Okay. 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 Gucken wir uns noch mal den Canyon an. Autsch. Ich würde mal sagen, ich muss hier lang. Der Drohne hinterher. Ich muss kaputt sein. Nein, so. Nein, so. Lauf lieber weg, Shane. Konduit Gaute! Konduit Gaute! Auf Verstärkung bei Station Delta! Ok... Aua! 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 fährt da die Drecksautenblöde. Ich habe ja, was diesen komischen Schengen angeht, einen ganz komischen Verdacht. Vielleicht bestätigt er sich ja. Dann sage ich es euch. Und wenn er sich nicht bestätigt, sage ich es euch auch. Boah, das sind ja so viele. Und ich habe keine Singularität, nicht. Aber ich habe ja auch. dass ich nicht mehr Mr. sondern ich habe mich nicht mehr und ich habe mich mehr Man, oh, das sind so viele. Jetzt ist es, jetzt wo, ja doch. Ein paar sind es noch, die holen wir uns mal mit der Sieben-Dealer-IP. Tschüss, Jungs. So, hier flog doch. Ach ne, ich brot's gerade gar keinen nehmen. Ach, fuck. So, hier flog doch. So, hier flog doch. Wir nehmen jetzt auch noch mal mehr mit. Zu viel kann man davon nämlich nicht haben. Eher zu wenig. Kontakt zum Eindämmungsteam verloren. Die Gefangene muss in einer der Seitenhöhlen verschwunden sein. Hubschrauber neu formieren und einkreisen. Over. Helikopter 2 vor Ort. Feuer bereit. Shit. Was heißt hier ergeben? Ergeben ich hier garantiert nicht. Ja, knall ich dich vom Himmeldusch-Buzzle-Macken. Okay, dann mal los. Werde beschossen. Werde beschossen. Du wirst nicht B schossen, du wirst ab G schossen. Sofort anhalten oder die Erinnerung des Feuers. Ach, ich habe 2008. Ach, werdet ihr weg? Das war's. Das ist jetzt doch sehr viel Gesocks, mit dem ich's hier gerade zu tun kriege. Du hast eine ganze Menge Gesocks, mit dem ich's da zu tun habe. Ich kann hier gar nicht weiter rum. Schlecht, schlecht, schlecht. Hier hinten ist ein bisschen Neron. So, sieht ganz so aus, als ob das jetzt eine XXL-Folge wird hier, weil ich beende halt ungern, mitten in irgendwelchen laufenden Sachen, ob das jetzt Gefechte sind oder was auch immer. Seinmal dahingestellt. Aber sowas unterbreche ich ungern im Let's Play. Deswegen lass ich das hier auch sein. Oh, das ist ja gleich. Okay. Mann, 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 wie ist er was los? Mann. So, na jetzt brauche ich die Singularität aber auch nicht mehrч 냄. Einsetzen wäre Verschwendung. So, da vorne ist noch mal Neon. So, okay, das Gefecht ist beendet. Und genau wie diese Folge. In der nächsten Folge, weil... A, B, C, A, B oder C. In der nächste Folge Oh, habe ich einen Sprachkeks gerade. In der nächsten Folge geht es weiter mit dem Action-Film, würde der gute Arni sagen. Ich bedanke mich fürs Reinschauen, fürs Kommentieren, Teilen, Liken und wer es nicht verpassen will, möge abonnieren. Bis zum nächsten Mal. Ich verabscheue mich.